Na, da bist du an der Lampe hängen geblieben. Oh, na gut. Was auch immer das jetzt werden sollte. Die schlauesten seid ihr nicht. Ach, Junge. Jess, grüß dich. Wie geht's dir? Die hatte sogar Finesse. Guck mal, da sind wir wieder. Das Spiel will es halt einfach von mir. Bis zum nächsten Mal.